Er ist nicht da. Jetzt bin ich da ausgucken. Hi there, little guy. It's nicely dried, pre-cut and ready to go. I think I'll fill my coat pockets with this bulky firewood. Seems like it might come in handy somewhere. And I'm sure no one will miss it. Ja. So können wir zur Werft. Oh Gott, ein Bild? Ist das eine Zahnbürste? Cool. Das packt mir auch ein. Hier geht also auf jeden Fall runter. It's old and the bristles are frayed, but it does resemble a tooth brush. It's nicely dried, pre-cut and ready to go. I think they've captured Stan quite well actually. They did a nice job with the coat. I think they've captured Stan quite well actually. They did a nice job with the coat. Gut. Ähm. So, ist hier jetzt was? Ist das Museum bereits eingestürzt? Es ist ein Zwei. Tell me about this flag. Oh, es ist ein super wertvolles Artefakt, das ich recently acquired habe. Einer von Bellas Fischers original Piratenflaggen. Einer von nur drei, die existieren. Äh, fünf Schlüsse für den Tresor halten. Die Flagge aus dem Fischladen erhalten. Wahrscheinlich mit guten Geschichten. Äh, die Flagge aus dem Museum erhalten. Ein Geheimnis, wo man geile finden und die glorreichen Zeiten nochmal durchleben. Den grünen Papageien ansehen. Äh, zwei parrots. Security's been beefed up. Or, I should say, parroted up. Two parrots. Security's been beefed up. Or, I should say, parroted up. Äh, äh. Es ist locked. Sehr. I see you've made some improvements. Yeah, the museum is now the proud owner of one of Bella Fischer's original pirate flags. There are only three known to exist. It's a real score. Incredibly valuable. Wow. Sure hope nobody steals that. I've doubled my security. You can't be too careful. Das stimmt wohl. Halt. Warte, er. Suche nach. Angelhaken, ihr wisst schon. Ich sehe keinen Angelhaken. Der ist auch nicht der Typ dafür. Ich behaupte ich. Der Typ ist auch kaputt. Ob das im Tatort zurückklingt. Ich habe vergessen, wo es lang geht. Ich weiß nicht. Es ist auch nicht so. Ich gehe mal darauf hin. Ich gehe mal darauf hin. Dann sind wir aus der Komponorin, schätze ich mal. Kann vielleicht ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, was sie erwarten. Was erwartet ihr für? Ja, das habe ich nur gesagt, aber Riesel ist plötzlich trotzdem, äh, wirklich. Dann gehe ich mal auf die äußerste Spitze und falle hinab. Das wird nicht, ja. Ich kann nicht daher, dann habe ich hinabgestürzt. Wer ist der Schau, wenn du hier in der Linie bist? Willst du es tun? Seid ihr frei. Wie lange planst du hier warten? So lange, wie es dauert. Wie lange planst du hier warten? So lange, wie es dauert. Haben wir mal dabei, um euch zu helfen. Magst du einen Grog? Ich gehe rein. Hey! Danke, Carla. Glückwunsch. Guybrush. Hi. Ich will alles über das Geheimnis hören, aber ich muss jetzt zurück nach Skurvy Island gehen. Lass uns später sprechen. Okay. Hm. So, äh, es gibt sicher Probleme, hat sie irgendwo eine Angelhaken? Wie sieht meine aus? Ich sehe nicht einen Schum's Lure anywhere. Ach, man kann es sogar sehen. Kein Mitglied, das sieht Teufel. Okay. Möchtest du das Tagebuch von Litchuck? Warum hast du einen gefunden? Warum hast du einen gefunden? Was habe ich denn noch? Ähm. Hey, das können dort Typen geben. Okay, reden wir über das Erdbeben. Oh, ja. Oh, ja. Hast du die Länge von Leuten außen gesehen? Das sind Bürgerinnen, die durch das Erdbeben sind. Aber es gibt keine Geld in den Koffern, um den Erdbeben zu unterstützen. Ich schaffe grundsätzlich IAUs. Äh, kann ich etwas von der süßen, süßen Katastrophenhilfe abhaben? Ähm, kann ich etwas von diesem süßen, süßen Katastrophen reinbekommen? Ich habe bereits gesagt, es gibt kein Geld. Ich schaffe die IAUs. Ich nehme was ich bekommen. Okay, das ist nicht wirklich Geld. Ich muss einen Grunde anstellen. Also, was ist es für? Ich will lokalen Unternehmen wieder aufbauen. Vielleicht ist Gamba? Der Milievergnügungspark ist in einem schlechten Zustand. Wir müssen die Werft in Ordnung bringen. Auf der unteren Straße gibt es einen großen Gefeichnerriss. Ich will, lokalen Unternehmen wieder aufbauen. Ich bin sicher, dass du öffentlichen Unterstützung hast. Das ist nur eine Veranstaltung von der Stadt, um dein Reliefprojekt an einem späteren Tag zu retten. Nicht zu erinnere mich. Okay. Skamba oder Voodoo Lady? Es ist ein IAU für die Finanzierung, um die lokalen Unternehmen zu erzeugen. Ich versuche es mal zuerst bei Voodoo Lady. Fragezeichen. Ich spreche vorher. Ich versuche es mal zuerst bei Voodoo Lady. Schade. Okay. Sieht er wahrscheinlich nicht, schätze ich mal, ne? Bist du ein Angler? Nein? Ich versuche es mal zuerst bei Voodoo Lady. Ich versuche es mal zuerst bei Voodoo Lady. Sie hat es gemacht. Sie hat es gemacht. Das ist fantastisch. Ich werde eine gesunkenen Umgebung haben, die Grog-Spiel für Recycling und eine medische Triage-Rolle. Entschuldigung, vieles zu planen. Okay, wenn ich das jetzt zurücknehme? Ja, sicher, sicher, natürlich. Kann ich das ernsthaft zurückgeben? Das wäre cool. Ich bin ein voll netter Pirat. Gebt immer Sachen zurück und so. Zerstörte Mop-Bäume und den Lebensraum von geschützten Tieren. Kein Problem. Es ist ein Buch. Es hat vier Stars, aber es sieht aus, dass sie für Schwierigkeiten sind. Das ist schön. Danke. Es sieht aus, dass du versucht, zu cooken das Buch, stattdessen der Recipe. Oh, well. Ich sollte mich dankbar, dass ich es wieder zurückkriege. Nächste Zeit, du kannst es in der Buchstelle selbst. Gibt es vielleicht einen Erfolg, wenn man nett ist und wegen hier dem Anfang den Schlüssel zurückgeben und das Buch zurückgeben und Wally bezahlen und sowas? Okay, wir müssen zum Museum. Denk ich. Halt! Heimitglieder sieht rollen. Okay. Wart sogar Ratten. Ja. Ja. Würdest du das für die Piraten-Times interessiert? Mein Freund hat es geschrieben. Es ist Piraten-Poetrie mit einem irgendwie Zombie-Angeln. Zombie-Pirate-Poemen? Das klingt wirklich interessant. Ich werde es definitiv für deinen Freund sehen. Das ist nett. Du weißt ja, dass ich eigentlich über eine andere Person spreche, oder? Das sind nicht meine Poemen. Natürlich, wenn du so sagst. Okay, es gab Erfolg, aber... War es das auch schon? Ich bin. Versprochen ist versprochen. Okay. Untersuchen wir die Dinge, die wir haben. Wem kann ich das geben? Wem kann ich das geben? Du bist auch kein See-Teufel, ne? Doch. Was ist das? Äh, nichts. Ich habe eine Geschichte für deine Newsletter. Wenn du interessiert bist. Lass uns das hören. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das bringt mich jetzt weiter. Das war bloß für einen Erfolg. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. auf mein Schiff. Ich bin. 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 Und dann. Wir sind. Ich will nur gucken, wie viel das an mir schon sagen ist. Den haben wir noch. Der Hund ist hinter seiner Frau. Ich überzeuge die. Ich überzeuge die. Ich überzeuge die. Was? Mein cousin's uncle's mother's best friend says it is. Paddle yourself. Where'd you get that cool flag with all the holes? Looks familiar. We found it floating in the ocean. It's one of Bella Fisher's flags. She probably lost it when her ship went down. We're afraid to take it down and offend the scurvy gods. There is no such thing as the scurvy gods. Then why is there scurvy? Answer me that. Huh. Can I have your flag? Did you not hear me? Scurvy! On board! Quarantine! Well, you could just toss it down to me. Best not to risk it. It's probably crawling with scurvy. Trust me. Okay, wir brauchen irgendwas, äh. You don't know that. Paddle yourself. Bye. Don't let the scurvy bite you. Scurvy bite? I knew this was bad. Um, okay. Quick ones were um. This clever mashup really gets the point across. I'm sensing a generally negative attitude directed at visitors. The messages are a little mixed, but clearly enthusiastic. You're welcome. And thank you. Hey Murray. Have you tried scurvy? It would suit you. Any other genius ideas? Hush. I'm acting natural. Any other genius ideas? Hush. I'm acting natural. Here. Das ist mit... Das ist gesund. Ähm. Baut Feuerholz. Braucht ihr eine Zahnbürste? Braucht ihr eine Pferderüstung? Cracker. Ihr braucht Cracker. Ihr habt nämlich kein Obst. Ausrechnen. Keine Mitglieder der Seeträufel. Na gut. Ausrechnen. Leasen. Keine Mitglieder der Seeträufel. Na gut. Aber ich brauche eine gute Power Spot. Es lohnt sich zu finden, die Chäden. Wir wissen nicht, woher zu beginnen. Es könnte es dauern. Nur eine Fülle würde das tun. Ich weiß ein guter Ort für Power Spell. Aber es ist nicht auf dieser Island. Keine Probleme. Wir können es dort und dann zurückkommen hier. Wir nehmen meine船. Ich bleibe hier, um ein Blick auf die Safe. Und steal das Geheimnis selbst? Ich glaube nicht. Stop es. Jesus. Fahrger. Wir müssen alle zusammenfassern. Was wenn jemand anderen herausforderst das ist? Das einzige Map ist, wo etwas tun, auf Monkey Island. Wahrscheinlich von einem wild boar Fugger. Der Teufelversteht weiß, dass es hier ist. Ich habe einen Bocken, der es mit ihm auch. Ich denke, vielleicht einer der größten Inge. Ah, Skirvy Island. Das ist, wo Elaine hat alle Lime für das Marley-Foundation-Skirvy-Projekt gegründet. Sie ist wahrscheinlich zurück hier. Ich kann sie nicht erwarten, zu sehen. Es heißt, die Marley-Foundation-Skirvy-Treatment-and-Prevention-League, oder STAPL, willkommen Sie zu Skirvy Island. 1,5 Kilometer nach STAPL-Houndation. Auf geht's! Es ist eine sehr realistische Größe des Scarlet-Ploom-Pointen-Skirvy-Projekt. Ich wusste nicht, dass Elaine in den Wald gearbeitet hat. Woah, hat mich gebrochen. Ähm... Hier, Stan! Okay, noch nicht. Großer Fels. Lager. Limettenhain. Ähm... Immer zum Limettenhain, glaub ich. Du bist so ein guter Ehemann, Geilbrüsch. Leuchtturm. Strand. Er hat ein Bild von mir. Ah! Er hat ein Bild von mir. Ich will nicht meine Hand verlieren. Das Fels hat eine geschlossene Bild in seinem Nest. Ist das eine Bild von mir? Komm, wir tauschen. Hm... Äh... Fische. Es klappt. Ich kann nicht... Also, Sachen geben, nur äh... Das ist schön. Ah! Das Bär braucht eine Attitudine. Oh! Kein Weg. Ich will nicht meine Hand verlieren. Äh... Ist das der falsche Fisch? Ah, ich liebe diesen Ort. Es ist wie eine 100-Foot-Candykane. Ah, geht da nicht hin, verstehe. Das ist, wo die Driftwude geht, während der Driftwude-Saison. Hehehe, die Treibwur-Spawn-Set. Elaine und ich diskutieren, ob es wie ein Pärot oder ein Cockatou. Elaine? Sind Sie gut? Hallo? Hallo? So, ich mache mal eine kleine kurze Pause, ne? Wir sehen uns bald wieder.